In diesem Video erklären wir euch, was ein Schutzvertrag ist und was er bezwecken soll. Der Schutzvertrag ist eine Absicherung für den Tierschutzverein, aber auch für den Adoptanten, der das Tier aufnehmen möchte. Er sollte bestätigen, dass das Tier in der Institution in artgerechter Haltung gehalten sowie bei Bedarf tierärztlich vorgestellt wurde. Auch werden keine offensichtlich kranken oder mit Parasiten befallenen Tiere abgegeben, bis sie gesundheitlich wieder in der Verfassung sind, in ein neues Zuhause zu kommen. Außerdem versichert der Vertrag, dass bei Weibchen eine Schwangerschaft ausgeschlossen ist und Männchen kastriert wurden. Das sollte zumindest eine Voraussetzung für einen seriösen Tierschutzverein sein. Im besten Fall werden die Fellnasen sogar persönlich von der Pflegestelle in das neue Zuhause gebracht. Auch nach der Vermittlung steht die Pflegestelle bei Fragen und Problemen zur Seite und das Tier darf jederzeit zum Verein zurückkehren. Im Gegenzug versichert der Adoptant, dass das Tier jederzeit unter artgerechten Bedingungen gehalten wird. Bei Gruppentieren wie Meerschweinchen und Co. heißt das zum Beispiel eine entsprechende Gehegegröße, keine kleinen Käfige, keine Einzelhaltung und ausreichend artgerechtes Futter. Der Adoptierende verpflichtet sich auch, die gesundheitliche Versorgung des Tieres sicherzustellen. Natürlich darf das Tier weder einfach weitergegeben noch zur Zucht eingesetzt werden. In den meisten Fällen wird eine Schutzgebühr fällig, die bei seriösen Vereinen für die Versorgung der weiteren Schützlinge verwendet wird. Es dreht sich also ausschließlich um das Wohl der Tiere. Dafür steht der Schutzvertrag.